Atlantis und die Götter der Antike Atlantis ist das Thema eines kurzen, aber wichtigen Artikels, der im Jahresbericht des Verwaltungsrates der Smithsonian Institution am 30. Juni 1915 erscheint. Der Autor Pierre Termier, Mitglied der Akademie der Wissenschaften und Direktor des Service der Geologischen Karte von Frankreich, hielt 1912 einen Vortrag über die Atlantis-Hypothese vor dem Institut Oceanographique. Es sind die übersetzten Notizen dieses bemerkenswerten Vortrags, die im Smithsonian-Bericht veröffentlicht sind. Nach einer langen Periode der herablassenden Gleichgültigkeit, schreibt Termier, beobachten sie, wie die Wissenschaft in den letzten Jahren zur Erforschung von Atlantis zurückkehrt. Wie viele Naturforscher, Geologen, Zoologen oder Botaniker fragen sich heute, ob Platon uns nicht, mit geringer Vergrößerung, eine Seite aus der tatsächlichen Geschichte der Menschheit übermittelt hat. Noch ist keine Behauptung zulässig. Aber es scheint immer offensichtlicher, dass eine riesige Region, kontinental oder aus großen Inseln bestehend, westlich der Säulen des Herakles, auch Straße von Gibraltar genannt, eingestürzt ist und dass ihr Einsturz in der nicht allzu fernen Vergangenheit erfolgt ist. Auf jeden Fall wird die Frage nach Atlantis erneut vor die Wissenschaftler gestellt. Und da ich nicht glaube, dass sie jemals ohne die Hilfe der Ozeanographie gelöst werden kann, habe ich es für natürlich gehalten, sie hier, in diesem Tempel der Meereswissenschaft, zu erörtern und die Aufmerksamkeit der Ozeanographen sowie die Aufmerksamkeit derer, die, obwohl sie im Tumult der Städte eingeschlossen sind, dem fernen Murmeln des Meeres Gehör schenken, auf ein solches Problem zu lenken, das lange verachtet wurde, aber nun wiederbelebt wird. In seinem Vortrag präsentiert Thermier geologische, geografische und zoologische Daten zur Untermauerung der Atlantis-Theorie. Er betrachtet die Ungleichheiten des Ozeanbeckens bildlich, als würde er den gesamten Boden des Atlantischen Ozeans entleeren und zitiert Orte auf einer Linie von den Azoren bis Island, wo das Ausbaggern Lava aus einer Tiefe von 3000 Metern an die Oberfläche gebracht hat. Der vulkanische Charakter der jetzt im Atlantischen Ozean existierenden Inseln bestätigt Platons Aussage, dass der atlantische Kontinent durch vulkanische Katastrophen zerstört wurde. Thermier führt auch die Schlussfolgerungen eines jungen französischen Zoologen Louis Germain an, der die Existenz eines atlantischen Kontinents zugab, der mit der iberischen Halbinsel und mit Mauretanien verbunden war und nach Süden verlängert wurde, um einige Regionen mit Wüstenklima einzubeziehen. Thermier schließt seinen Vortrag mit einem grafischen Bild der Verschlingung dieses Kontinents. Die Beschreibung der atlantischen Zivilisation, die Plato im Buch Critias gibt, kann wie folgt zusammengefasst werden. In den ersten Zeitaltern teilten die Götter die Erde unter sich auf, gemessen an ihrer jeweiligen Würde. Jeder wurde zum besonderen Gott seines eigenen Anteils und errichtete darin Tempel für sich selbst, ordnete ein Priestertum an und führte ein Opfersystem ein. Poseidon wurde das Meer und der Inselkontinent Atlantis gegeben. Inmitten der Insel war ein Berg, der Wohnort von drei erdgeborenen primitiven Menschen war. Evinor, seine Frau Leuzipe und ihre einzige Tochter, Kleto. Das Männchen war sehr schön und nach dem plötzlichen Tod ihrer Eltern wurde sie von Poseidon umworben, der ihr fünf Paare männlicher Kinder zeugte. Poseidon teilte seinen Kontinent unter diesen zehn auf und machte Atlas, den Ältesten, zum Oberherrn der anderen neun. Poseidon nannte das Land außerdem Atlantis und das umgebende Meer, den Atlantik, zu Ehren von Atlas. Vor der Geburt seiner zehn Söhne teilte Poseidon den Kontinent und das küstennahe Meer in konzentrische Zonen von Land und Wasser auf, die so perfekt waren, als ob sie auf einer Drehbank entstanden wären. Zwei Land- und drei Wasserzonen umgaben die zentrale Insel, die Poseidon mit zwei Wasserquellen bewässerte, eine warme und eine kalte. Die Nachkommen von Atlas blieben als Herrscher von Atlantis und erhoben das Land durch kluge Regierung und Industrie zu einer überragenden Würde. Die natürlichen Ressourcen von Atlantis schienen offenbar unbegrenzt zu sein. Edelmetalle wurden abgebaut, wilde Tiere domestiziert und Parfums aus seinen duftenden Blumen destilliert. Während sie den Überfluss genossen, der ihrer halbtropischen Lage natürlich war, beschäftigten sich die Atlantiden auch mit dem Bau von Palästen, Tempeln und Docks. Sie überbrückten die Meereszonen und hoben später einen tiefen Kanal, um den äußeren Ozean mit der zentralen Insel zu verbinden, wo sich die Paläste und Tempel von Poseidon befanden, die alle anderen Bauwerke an Pracht übertrafen. Ein Netzwerk von Brücken und Kanälen wurde von den Atlantern geschaffen, um die verschiedenen Teile ihres Königreichs zu vereinen. Plato beschreibt die weißen, schwarzen und roten Steine, die sie von unterhalb ihres Kontinents abbauten und beim Bau von öffentlichen Gebäuden und Docks verwendeten. Sie umgaben jede der Landzonen mit einer Mauer, wobei die äußere Mauer mit Messing bedeckt war, die mittlere mit Zinn und die innere, die die Zitadelle umschloss, wiederum mit Messing. Die Zitadelle auf der zentralen Insel enthielt die Paläste, Tempel und anderen öffentlichen Gebäude. In ihrer Mitte, umgeben von einer goldenen Mauer, war ein Heiligtum, das Kleto und Poseidon gewidmet war. Hier wurden die ersten zehn Prinzen der Insel geboren und hier brachten ihre Nachkommen jedes Jahr ihre Opfergaben dar. Poseidons eigener Tempel, dessen Äußeres vollständig mit Silber und dessen Spitzen mit Gold bedeckt waren, stand ebenfalls innerhalb der Zitadelle. Das Innere des Tempels bestand aus Elfenbein, Gold, Silber und Messing, bis hin zu den Säulen und dem Boden. Der Tempel enthielt eine kolossale Statue von Poseidon, der in einem von sechs geflügelten Pferden gezogenen Streitwagen stand. Um ihn herum einhundert Neriden, die auf Delfinen ritten. Außerhalb des Gebäudes waren goldene Statuen der ersten zehn Könige und ihrer Frauen aufgestellt. In den Hainen und Gärten gab es heiße und kalte Quellen. Es gab zahlreiche Tempel für verschiedene Gottheiten, Übungsplätze für Menschen und Tiere, öffentliche Bäder und eine große Pferderennbahn. An verschiedenen Aussichtspunkten auf den Zonen gab es Befestigungen und zum großen Hafen kamen Schiffe aus jeder Seefahrernation. Die Zonen waren so dicht bevölkert, dass das Geräusch menschlicher Stimmen ständig in der Luft war. Der Teil von Atlantis, der zum Meer hin ausgerichtet war, wurde als hoch und steil beschrieben. Aber um die zentrale Stadt herum war eine Ebene, geschützt von Bergen, die für ihre Größe, Anzahl und Schönheit bekannt waren. Die Ebene brachte jedes Jahr zwei Ernten hervor, im Winter durch Regen und im Sommer durch riesige Kanäle bewässert, die auch für den Transport genutzt wurden. Die Ebene wurde in Abschnitte unterteilt und im Krieg lieferte jeder Abschnitt seinen Anteil an kämpfenden Männern und Streitwagen. Die zehn Regierungen unterschieden sich in Einzelheiten, die die militärischen Anforderungen betrafen. Jeder der Könige von Atlantis hatte die volle Kontrolle über sein eigenes Königreich, aber ihre gegenseitigen Beziehungen wurden durch einen Code geregelt, der von den ersten zehn Königen auf einer Säule aus Messing im Tempel des Poseidon eingraviert war. In wechselnden Intervallen von fünf und sechs Jahren wurde eine Wallfahrt zu diesem Tempel unternommen, damit sowohl den ungeraden als auch den geraden Zahlen gleiche Ehre zuteil wurde. Hier erneuerte jeder König mit einem passenden Opfer seinen Treueeid auf der Heiligen Inschrift. Hier zogen auch die Könige azurblaue Gewänder an und hielten Gericht. Bei Tagesanbruch schrieben sie ihre Urteile auf eine goldene Tafel und hinterlegten sie mit ihren Gewändern als Denkmäler. Die wichtigsten Gesetze der atlantischen Könige waren, dass sie keine Waffen gegeneinander erheben sollten und dass sie jedem ihrer Mitglieder beistehen sollten, der angegriffen wurde. In Angelegenheiten des Krieges und von großer Bedeutung lag die endgültige Entscheidung in den Händen der direkten Nachkommen der Familie des Atlas. Kein König hatte die Macht über Leben und Tod seiner Verwandten ohne die Zustimmung einer Mehrheit der Zehn. Plato beendet seine Beschreibung mit der Erklärung, dass es dieses große Reich war, das die hellenischen Staaten angriff. Dies geschah jedoch erst, als ihre Macht und ihr Ruhm die Könige von Atlantis vom Pfad der Weisheit und Tugend abbrachten. Von falschem Ehrgeiz erfüllt entschieden die Herrscher von Atlantis, die gesamte Welt zu erobern. Zeus, der die Boshaftigkeit der Atlante erkannte, versammelte die Götter in seiner heiligen Wohnung und sprach zu ihnen. Hier endet Platons Erzählung abrupt, denn die Critias wurde nie beendet. In der Timaios gibt es eine weitere Beschreibung von Atlantis, die angeblich Solon von einem ägyptischen Priester gegeben wurde und die folgendermaßen endet. Aber danach traten gewaltige Erdbeben und Überschwemmungen auf. Und an einem einzigen Tag und einer Nacht des Regens sanken all eure kriegerischen Männer geschlossen in die Erde und die Insel Atlantis verschwand auf ähnliche Weise und versank unter dem Meer. Und das ist der Grund, warum das Meer in diesen Teilen unpassierbar und undurchdringlich ist, weil es dort eine solche Menge flachen Schlamms gibt. Und das wurde durch das Absinken der Insel verursacht. In der Einleitung zu seiner Übersetzung der Timaios zitiert Thomas Taylor aus einer Geschichte von Äthiopien, die von Marcellus geschrieben wurde und den folgenden Bezug auf Atlantis enthält. Denn sie berichten, dass es zu ihrer Zeit sieben Inseln im Atlantischen Meer gab, die der Proserpina heilig waren. Und außerdem drei andere von immenser Größe. Eine davon war dem Pluto heilig, eine andere dem Ammon und wieder eine andere, die in der Mitte dieser liegt und tausend Stadien groß ist, dem Neptun. Krantor, der Plato kommentierte, behauptete, dass die ägyptischen Priester die Geschichte von Atlantis als auf Säulen geschrieben erklärten, die noch um 300 v. Chr. erhalten waren. Ignatius Donnelli, der dem Thema Atlantis eingehende Studien widmete, glaubte, dass Pferde erstmals von den Atlantern domestiziert wurden, weshalb sie immer als besonders heilig für Poseidon betrachtet wurden. Bei sorgfältiger Betrachtung von Platons Beschreibung von Atlantis wird deutlich, dass die Geschichte nicht ausschließlich als historisch, sondern vielmehr als sowohl allegorisch als auch historisch betrachtet werden sollte. Origenes, Porphyrus, Proklos, Lamblichus und Syranus erkannten, dass die Geschichte ein tiefgreifendes, philosophisches Geheimnis verbarg, waren sich jedoch hinsichtlich der tatsächlichen Interpretation uneinig. Platons Atlantis symbolisiert die dreifache Natur sowohl des Universums als auch des menschlichen Körpers. Die Zehnkönige von Atlantis sind die Tetraktis oder Zahlen, die als fünf Paare von Gegensätzen geboren werden. Die Zahlen 1 bis 10 regieren jedes Wesen und die Zahlen wiederum stehen unter der Kontrolle des Monaden oder des Ältesten unter ihnen. Mit dem dreizackigen Zepter von Poseidon herrschten diese Könige über die Bewohner der sieben kleinen und drei großen Inseln, die Atlantis ausmachten. Philosophisch gesehen symbolisieren die zehn Inseln die dreifachen Kräfte der höheren Gottheit und die sieben Regenten, die sich vor seinem ewigen Thron verbeugen. Wenn man Atlantis als die archetypische Sphäre betrachtet, dann bedeutet sein Untergang den Abstieg des rationalen, organisierten Bewusstseins in den illusorischen, vergänglichen Bereich der irrationalen, sterblichen Unwissenheit. Sowohl der Untergang von Atlantis als auch die biblische Geschichte vom Sündenfall symbolisieren die spirituelle Involution, eine Voraussetzung für die bewusste Evolution. Es ist möglich, dass der eingeweihte Platon die Atlantis-Allegorie nutzte, um zwei völlig unterschiedliche Ziele zu erreichen oder dass die von den ägyptischen Priestern erhaltenen Berichte manipuliert wurden, um die geheime Lehre zu bewahren. Das bedeutet jedoch nicht, dass Atlantis rein mythisch ist. Es überwindet aber das ernsthafteste Hindernis für die Annahme der Atlantis-Theorie, nämlich die fantastischen Berichte über ihre Herkunft, Größe, Aussehen und Datum der Zerstörung. 9600 v. Chr. In der Mitte der zentralen Insel von Atlantis befand sich ein hoher Berg, der einen Schatten von 5000 Stadien warf und dessen Gipfel die Sphäre des Äthers berührte. Dies ist der Achsenberg der Welt, symbolisch für den menschlichen Kopf, der aus den vier Elementen des Körpers aufsteigt. Dieser heilige Berg, auf dessen Gipfel der Tempel der Götter stand, gab Anlass zu den Geschichten von Olympus, Meru und Asgard. Die Stadt der goldenen Tore, die Hauptstadt von Atlantis, ist diejenige, die jetzt unter zahlreichen Religionen als die Stadt der Götter oder die heilige Stadt bewahrt wird. Hier ist der Archetyp des neuen Jerusalem mit seinen Straßen, die mit Gold gepflastert sind und seinen zwölf Toren, die mit Edelsteinen leuchten. Ignatius Donnelly schreibt, Die Geschichte von Atlantis ist der Schlüssel zur griechischen Mythologie. Es ist keine Frage, dass diese Götter Griechenlands Menschen waren. Die Tendenz, großen irdischen Herrschern göttlicher Attribute zuzuschreiben, ist tief in der menschlichen Natur verwurzelt. Der gleiche Autor stützt seine Ansichten, indem er darauf hinweist, dass die Gottheiten des griechischen Pantheons nicht als Schöpfer des Universums angesehen wurden, sondern eher als Regenten, die von den älteren, ursprünglichen Erschaffern darüber eingesetzt wurden. Der Garten Eden, aus dem die Menschheit durch ein flammendes Schwert vertrieben wurde, ist vielleicht eine Anspielung auf das vermeintliche irdische Paradies, das westlich der Säulen des Herkules lag und durch vulkanische Katastrophen zerstört wurde. Die Flutlegende könnte ebenfalls auf die atlantische Überflutung zurückgeführt werden, bei der eine Welt durch Wasser zerstört wurde. Wurden die religiösen, philosophischen und wissenschaftlichen Kenntnisse, die von den Priesterkasten der Antike besessen wurden, von Atlantis bezogen, dessen Untergang jede Spur seines Beitrags zum Drama des weltweiten Fortschritts auslöschte? Die atlantische Sonnenverehrung hat sich im Ritualismus und Zeremonialismus sowohl des Christentums als auch des Heidentums fortgesetzt. Sowohl das Kreuz als auch die Schlange waren atlantische Symbole der göttlichen Weisheit. Die göttlichen atlantischen Stammväter der Mayas und Kiches in Zentralamerika koexistierten innerhalb des grünen und azurblauen Glanzes von Gukumas, der gefiederten Schlange. Die sechs himmelgeborenen Weisen traten als Zentren des Lichts in Erscheinung, die von dem siebten und obersten ihrer Ordnung, der gefiederten Schlange, zusammengefasst oder synthetisiert wurden. Der Titel der geflügelten oder gefiederten Schlange wurde auf Quetzalcoatl, den zentralamerikanischen Eingeweihten, angewandt. Das Zentrum der atlantischen Weisheitsreligion war vermutlich ein großer pyramidenförmiger Tempel, der auf der Stirn eines Plateaus stand, das mitten in der Stadt der goldenen Tore aufragte. Von hier aus zogen die eingeweihten Priester der heiligen Feder hinaus, um die Schlüssel der universellen Weisheit Bei den Maias kam Ketzalcoatl, der Erlöser-Gott, der in der Nähe von Oanes, einer teilweise amphibischen Kreatur, die aus dem Meer kam und den wilden Völkern entlang der Küste das Lesen und Schreiben, die Bodenbearbeitung, den Anbau von Heilkräutern, die Sternenbeobachtung, die Etablierung rationaler Regierungsformen und die Vertrautheit mit den heiligen Mysterien beibrachte. Bei den Maias kam Ketzalcoatl, der Erlöser-Gott, den einige christliche Gelehrte für den heiligen Thomas halten, aus den Gewässern und unterwies das Volk in den Grundlagen der Zivilisation, bevor er auf einem magischen Floß aus Schlangen auf das Meer hinausfuhr, um dem Zorn des heftigen Gottes, des feurigen Spiegels, Tezcatlipoca, zu entkommen. Könnte es nicht sein, dass dieser Halbgötter eines sagenhaften Zeitalters, die wie Esdras aus dem Meer kamen, atlantische Priester waren? Alles, was der primitive Mensch von den Atlantern in Erinnerung behielt, war der Glanz ihrer goldenen Ornamente, ihre überragende Weisheit und die Heiligkeit ihrer Symbole, das Kreuz und die Schlange. Dass sie mit Schiffen kamen, wurde bald vergessen, denn ungebildete Köpfe hielten selbst Boote für übernatürlich. Wo immer die Atlanter missionierten, errichteten sie Pyramiden und Tempel nach dem Vorbild des großen Heiligtums in der Stadt der Goldenen Tore. Dies ist der Ursprung der Pyramiden von Ägypten, Mexiko und Zentralamerika. Die Hügel in der Normandie und in Großbritannien sowie die der amerikanischen Ureinwohner sind Überreste einer ähnlichen Kultur. Mitten im atlantischen Programm der Weltkolonisierung und Weltbekehrung begannen die Katastrophen, die Atlantes versenkten. Die eingeweihten Priester der Heiligen Feder, die versprachen, zu ihren Missionsniederlassungen zurückzukehren, kehrten nie zurück. Und nach dem Verstreichen von Jahrhunderten bewahrte die Tradition nur eine fantastische Erzählung von Göttern auf, die aus einem Ort kamen, wo jetzt das Meer ist. Helena Petrovna Blavatsky fasst die Ursachen, die zur atlantischen Katastrophe führten, wie folgt zusammen. Unter den bösen Einflüsterungen ihres Dämons Tebetat wurde die Atlantis-Rasse zu einer Nation von bösen Magiern. Als Folge davon wurde Krieg erklärt, dessen Geschichte zu lang wäre, um sie zu erzählen. Ihre Essenz kann man in den entstellten Allegorien des Geschlechts von Kain, des Riesen, und der von Noah und seiner gerechten Familie finden. Der Konflikt endete mit dem Untergang von Atlantis, was eine Nachahmung in den Geschichten der babylonischen und mosaischen Flut findet. Von den Atlantern hat die Welt nicht nur das Erbe der Künste und Handwerke, Philosophien und Wissenschaften, Ethik und Religionen erhalten, sondern auch das Erbe des Hasses, des Streits und der Perversion. Die Atlanter führten den Ersten Krieg an. Und es wurde gesagt, dass alle folgenden Kriege in einem fruchtlosen Versuch geführt wurden, den Ersten zu rechtfertigen und das Unrecht, das er verursachte, zu beheben. Bevor Atlantis unterging, zogen sich seine spirituell erleuchteten Eingeweihten, die erkannten, dass ihr Land verloren war, weil es vom Pfad des Lichts abgewichen war, von dem zum Scheitern verurteilten Kontinent zurück. Mit der heiligen und geheimen Lehre etablierten sich diese Atlanter in Ägypten, wo sie zu dessen ersten göttlichen Herrschern wurden. Fast alle großen kosmologischen Mythen, die die Grundlage der verschiedenen heiligen Bücher der Welt bilden, basieren auf den atlantischen Mysterienritualen. Der Mythos vom sterbenden Gott Der Mythos von Tammuz und Ischda ist eines der frühesten Beispiele für die Allegorie des sterbenden Gottes, wahrscheinlich vor dem Jahr 4000 v. Chr. Der schlechte Zustand der Tafeln, auf denen die Legenden eingeschrieben sind, macht es unmöglich, mehr als eine bruchstückhafte Darstellung der Tammuz-Riten zu erhalten. Als esoterischer Gott der Sonne nahm Tammuz nicht eine Position unter den ersten von den Babyloniern verehrten Gottheiten ein, die ihn aus Mangel an tieferem Wissen als einen Gott der Landwirtschaft oder einen Geist der Vegetation ansahen. Ursprünglich wurde er als einer der Wächter der Tore zur Unterwelt beschrieben. Wie viele andere Erlöser-Götter wird er als Hirte oder Herr des Hirtenstuhls bezeichnet. Tammuz nimmt die bemerkenswerte Position des Sohnes und Ehemanns von Ischda ein, der babylonischen und assyrischen Muttergöttin. Ischda, der der Planet Venus heilig war, war die am meisten verehrte Gottheit des babylonischen und assyrischen Pantheons. Sie war wahrscheinlich identisch mit Asteror, Astarte und Aphrodite. Die Geschichte ihres Abstiegs in die Unterwelt auf der Suche vermutlich nach dem heiligen Elixier, das einzig Tammuz zum Leben erwecken konnte, ist der Schlüssel zum Ritual ihrer Mysterien. Tammuz, dessen jährliches Fest kurz vor der Sommersonnenwende stattfand, starb im Hochsommer im antiken Monat, der seinen Namen trug und wurde mit aufwendigen Zeremonien betrauert. Die Art seines Todes ist unbekannt, aber einige der Anschuldigungen, die Istubar, Nimrod, gegen Ischda erhob, deuten darauf hin, dass sie zumindest indirekt zu seinem Tod beigetragen hat. Die Auferstehung von Tammuz war Anlass zu großer Freude, zu welcher Zeit er als Erlöser seines Volkes begrüßt wurde. Mit ausgebreiteten Flügeln stürzt Ischda, die Tochter von Sin, dem Mond, zu den Toren des Todes hinab. Das Haus der Dunkelheit, die Wohnung des Gottes Irkala, wird als Ort ohne Wiederkehr beschrieben. Es ist ohne Licht, die Nahrung derer, die darin wohnen, ist Staub, und ihr Essen ist Schlamm. Über die Riegel an der Tür des Hauses von Irkala wird Staub verstreut, und die Hüter des Hauses sind wie Vögel mit Federn bedeckt. Ischda verlangt, dass die Hüter die Tore öffnen, und erklärt, dass sie, wenn sie es nicht tun, die Türpfosten zerschlagen und tote Verschlinger der Lebenden erwecken wird. Die Wächter der Tore bitten sie um Geduld, während sie zur Königin der Unterwelt gehen, von der sie die Erlaubnis erhalten, Ischda einzulassen, aber nur auf die gleiche Weise, wie alle anderen zu diesem düsteren Haus kamen. Daraufhin steigt Ischda durch die sieben Tore hinab, die in die Tiefen der Unterwelt führen. Am ersten Tor wird die große Krone von ihrem Kopf entfernt, am zweiten Tor die Ringe aus ihren Ohren, am dritten Tor die Kette von ihrem Hals, am vierten Tor die Schmuckstücke von ihrer Brust, am fünften Tor der Gürtel ihrer Taille, am sechsten Tor die Armbänder von ihren Händen und Füßen und am siebten Tor der bedeckende Mantel ihres Körpers. Ischda protestiert, aber der Wächter sagt ihr, dass dies die Erfahrung aller ist, die das düstere Reich des Todes betreten. Erzirnt beim Anblick von Ischda, fügt die Herrin der Unterwelt ihr allerlei Krankheiten zu und sperrt sie in der Unterwelt ein. Da Ischda den Geist der Fruchtbarkeit repräsentiert, verhindert ihr Verlust das Reifen der Feldfrüchte und das Reifen allen Lebens auf der Erde. In dieser Hinsicht ähnelt die Geschichte der Legende von Perseponi. Die Götter, die erkennen, dass der Verlust von Ischda die gesamte Natur durcheinanderbringt, senden einen Boden in die Unterwelt und fordern ihre Freilassung. Die Herrin der Unterwelt ist gezwungen nachzugeben und das Wasser des Lebens wird über Ischda ausgegossen. Auf diese Weise von den ihr zugefügten Gebrechen geheilt, macht sie ihren Weg nach oben durch die sieben Tore. Sie wird wieder eingekleidet und bekommt ihre Schmuckstücke zurück. Es gibt keine Aufzeichnung, dass Ischda das Wasser des Lebens erlangt hat, das die Auferstehung von Tammuz bewirkt hätte. Der Mythos von Ischda symbolisiert den Abstieg des menschlichen Geistes durch die sieben Welten oder Sphären der heiligen Planeten, bis er schließlich seiner spirituellen Schmuckstücke beraubt, im physischen Körper, dem Hades, inkarniert, wo die Herren dieses Körpers jede Form von Leid und Elend auf das gefangene Bewusstsein häuft. Die Wasser des Lebens, die geheime Leere, heilen die Krankheiten der Unwissenheit. Und der Geist, der wieder zu seiner göttlichen Quelle aufsteigt, erlangt seine von Gott gegebenen Schmuckstücke zurück, während er durch die Ringe der Planeten aufsteigt. Ein weiteres Mysterienritual unter den Babyloniern und Assyrern war das von Merodach und den Drachen. Merodach, der Schöpfer des unteren Universums, tötet ein schreckliches Monster und formt aus dessen Körper das Universum. Hier liegt wahrscheinlich die Quelle der sogenannten christlichen Allegorie von St. Georg und dem Drachen. Die Mysterien von Adonis oder Adoni wurden jährlich in vielen Teilen Ägyptens, Phöniziens und Biblos gefeiert. Der Name Adonis oder Adoni bedeutet Herr und war eine Bezeichnung, die auf die Sonne angewendet wurde und später von den Juden als exoterischer Name ihres Gottes übernommen wurde. Smyrna, die Mutter von Adonis, wurde von den Göttern in einen Baum verwandelt. Nach einiger Zeit platzte die Rinde auf und der neugeborene Erlöser kam hervor. Nach einer Erzählung wurde er von einem wilden Eber befreit, der das Holz des mütterlichen Baumes mit seinen Hauern spaltete. Adonis wurde um Mitternacht am 24. Dezember geboren und durch seinen unglücklichen Tod wurde ein Mysterienritus begründet, der das Heil seines Volkes bewirkte. Im jüdischen Monat Tammus, ein weiterer Name für diese Gottheit, wurde er von einem wilden Eber, der vom Gott Ars oder Mars geschickt wurde, zu Tode gestoßen. Der Adoniasmus war die Zeremonie, die den vorzeitigen Tod des ermordeten Gottes betrauerte. In Hesekiel 8,14 steht geschrieben, dass Frauen an dem Nordtor des Hauses des Herrn in Jerusalem um Tammus, also Adonis, weinten. Sir James George Fraser zitiert Hieronymus wie folgt. Er berichtet uns, dass Bethlehem, der traditionelle Geburtsort des Herrn, von einem Hain jenes noch älteren syrischen Herrn, Adonis, beschattet wurde und dass dort, wo das Jesuskind geweint hatte, der Geliebte der Venus beweint wurde. Es wird gesagt, dass das Abbild eines wilden Ebers über eines der Tore von Jerusalem in Ehren von Adonis gesetzt wurde und seine Riten in der Grotte der Geburt in Bethlehem gefeiert wurden. Adonis als der aufgespießte oder göttliche Mann ist einer der Schlüssel zu Sir Francis Bacons Gebrauch des wilden Ebers in seiner kryptischen Symbolik. Adonis war ursprünglich eine androgyne Gottheit, die die Sonnenkraft repräsentierte, die im Winter durch das böse Prinzip der Kälte, das Wildschwein, zerstört wurde. Nach drei Tagen, übertragen, drei Monaten im Grab, erhob sich Adonis siegreich am 25. März, begleitet von den Ausrufen seiner Priester und Anhänger. Er ist auferstanden. Adonis wurde aus einem Mürrebaum geboren. Mürre, das Symbol des Todes wegen seiner Verbindung mit dem Einbalsamierungsprozess, war eines der Geschenke, die die drei Weisen zur Krippe Jesu brachten. In den Mysterien von Adonis durchlief der Neophyt den symbolischen Tod des Gottes und wurde von den Priestern erhoben und trat in den gesegneten Zustand der Erlösung ein, der durch das Leiden von Adonis ermöglicht wurde. Fast alle Autoren glauben, dass Adonis ursprünglich ein Vegetationsgott war, der direkt mit dem Wachstum und der Reifung von Blumen und Früchten verbunden war. Zur Unterstützung dieser Ansicht beschreiben sie die Gärten von Adonis, die kleine Körbe mit Erde waren, in denen Samen für einen Zeitraum von acht Tagen gepflanzt und genährt wurden. Als diese Pflanzen vorzeitig starben, weil sie nicht genug Erde hatten, wurden sie als symbolisch für den ermordeten Adonis angesehen und wurden meistens zusammen mit Bildern des Gottes ins Meer geworfen. In Phrygien gab es eine bemerkenswerte Schule religiöser Philosophie, die sich um das Leben und das unzeitgemäße Schicksal eines anderen Erlöser Gottes namens Attis oder Attis drehte, der von vielen als Synonym mit Adonis angesehen wurde. Diese Gottheit wurde um Mitternacht am 24. Dezember geboren. Über seinen Tod gibt es zwei Berichte. In einem wurde er wie Adonis zu Tode gestochen. In dem anderen entmannte er sich unter einer Kiefer und starb dort. Sein Körper wurde von der großen Mutter, Kibele, in eine Höhle gebracht, wo er über die Jahrhunderte hinweg blieb, ohne zu verwesen. Den Riten von Attis verdankt die moderne Welt die Symbolik des Weihnachtsbaums. Attis verlieh seine Unsterblichkeit dem Baum, unter dem er starb, und Kibele nahm den Baum mit, als sie den Körper wegbrachte. Attis blieb drei Tage im Grab, erhob sich an einem Datum, das mit dem Ostermorgen übereinstimmt, und überwand durch diese Auferstehung den Tod für alle, die in seine Mysterien eingeweiht wurden. In den Mysterien der Früger, sagt Julius Firmicus, die, als die der Mutter der Götter bezeichnet werden, wird jedes Jahr eine Kiefer gefällt, und in das Innere des Baumes wird das Bild eines Jungen gebunden. In den Mysterien von Isis wird der Stamm einer Kiefer gefällt. Die Mitte des Stammes ist schön ausgehüllt. Das Idol von Usiris, die aus diesen ausgehüllten Teilen gemacht ist, wird begraben. In den Mysterien von Proserpina wird ein gefällter Baum in die Gestalt und Form der Jungfrau zusammengesetzt, und wenn er in die Stadt getragen wurde, wird er vierzig Nächte lang beklagt, aber in der vierzigsten Nacht wird er verbrannt. Die Mysterien von Atis beinhalten eine sakramentale Mahlzeit, während der der Neophyt aus einer Trommel aß und aus einem Zimbel trank. Nachdem er mit dem Blut eines Stieres getauft worden war, wurde der neue Eingeweihte ausschließlich mit Milch ernährt, um zu symbolisieren, dass er noch ein philosophischer Säugling war, der erst kürzlich aus der Sphäre der Materialität geboren worden war. Gibt es eine mögliche Verbindung zwischen dieser auf Milch basierenden Diät, die vom attischen Ritus vorgeschrieben wurde, und der Anspielung des Apostels Paulus auf die Nahrung für geistliche Babys? Sallust gibt einen Schlüssel zur esoterischen Interpretation der attischen Rituale. Zibäle, die große Mutter, bedeutet die belebenden Kräfte des Universums, und Atis repräsentiert jenen Aspekt des geistigen Intellekts, der zwischen den göttlichen und tierischen Sphären schwebt. Die Mutter der Götter, die Atis liebte, gab ihm einen sternenbesetzten Hut, der himmlische Kräfte symbolisiert. Aber Atis, der sich in eine Nymphe verliebt, Symbol für die niederen tierischen Neigungen, verlor seine Göttlichkeit und seine schöpferischen Kräfte. Es ist daher offensichtlich, dass Atis das menschliche Bewusstsein repräsentiert und dass seine Mysterien mit der Wiedererlangung des sternenbesetzten Hutes verbunden sind. Die Riten von Sabbatius waren denen von Bacchus sehr ähnlich, und es wird allgemein angenommen, dass die beiden Gottheiten identisch sind. Bacchus wurde in Sabbatius oder Sabaoth geboren, und diese Namen werden ihm häufig zugeschrieben. Die sabbatianischen Mysterien wurden nachts durchgeführt, und das Ritual beinhaltete das Überziehen einer lebenden Schlange über die Brust des Kandidaten. Clemens von Alexandria schreibt, »Das Zeichen der sabbatianischen Mysterien für den Eingeweihten ist die Gottheit, die über die Brust gleitet.« Eine goldene Schlange war das Symbol von Sabbatius, weil diese Gottheit die jährliche Erneuerung der Welt durch die Sonnenkraft repräsentierte. Die Juden entlehnten den Namen Sabaoth aus diesen Mysterien und nahmen ihn als eine der Bezeichnungen ihres höchsten Gottes an. Während der Zeit, als die sabbatianischen Mysterien in Rom gefeiert wurden, gewann der Kult viele Anhänger und beeinflusste später die Symbolik des Christentums. Die kabirischen Mysterien von Samothrake waren bei den Alten sehr berühmt und standen in der öffentlichen Achtung gleich nach den eloisinischen Mysterien. Herodot erklärt, dass die Samothraker ihre Lehren, insbesondere die über Merkur, von den Pelaskern erhielten. Über die kabirischen Rituale ist wenig bekannt, denn sie waren mit dem tiefsten Geheimnis umhüllt. Einige betrachten die Kabiren als sieben in der Zahl und bezeichnen sie als die sieben Geister des Feuers vor dem Thron des Saturn. Andere glauben, dass die Kabiren die sieben heiligen Wanderer sind, die später als die Planeten bezeichnet wurden. Obwohl eine große Anzahl von Gottheiten mit den Samothrakischen Mysterien in Verbindung gebracht wird, konzentriert sich das rituelle Drama auf vier Brüder. Die ersten drei, Aschiros, Achiochersus und Achiochersa, greifen den vierten, Kaschmala oder Kadmilos, an und töten ihn. Dionysidorus identifiziert jedoch Aschiros mit Demeter, Achiochersus mit Pluto, Achiochersa mit Persephone und Kaschmala mit Hermes. Alexander Wilder bemerkt, dass in dem Samothrakischen Ritual Kadmillus dazu gemacht wird, den thebanischen Schlangengott Kadmus, den Tod von Ägypten, den Hermes der Griechen und den Eskulap de Alexandrina und Phönizia einzuschließen. Hier ist eine Wiederholung der Geschichte von Osiris, Bacchus, Adonis, Balder und Hiram Abiv. Auch der Kult von Attis und Sibbele war in die Samothrakischen Mysterien eingebunden. In den Ritualen der Kabieren lässt sich eine Form der Kiefernbaumverehrung nachweisen, denn dieser Baum, heilig für Attis, wurde zunächst in die Form eines Kreuzes geschnitten und dann zu Ehren des ermordeten Gottes Gefällt, dessen Leichnam zu seinen Füßen gefunden wurde. Die Mysterien der Kabieren waren in drei Grade unterteilt. Der erste feierte den Tod von Kaschmala durch die Hand seiner drei Brüder. Der zweite die Entdeckung seines verstümmelten Körpers, dessen Teile nach viel Mühe gefunden und gesammelt wurden. Und der dritte, begleitet von großer Freude und Glück, seine Auferstehung und die daraus resultierende Erlösung der Welt. Der Tempel der Kabieren auf Samothrake enthielt eine Reihe von seltsamen Gottheiten, viele davon missgestaltete Kreaturen, die die elementaren Kräfte der Natur darstellten, möglicherweise die Bachantischen Titanen. Kinder wurden mit der gleichen Würde wie Erwachsene in den kabirischen Kult eingeweiht und Verbrecher, die das Heiligtum erreichten, waren vor Verfolgung sicher. Die Samothrakischen Riten befassten sich besonders mit der Schifffahrt. Die Dioskuren, Kastor und Porlux oder die Götter der Schifffahrt gehörten zu denjenigen, die von den Mitgliedern dieses Kults besänftigt wurden. Die Argonautenexpedition hielt auf Anraten des Orpheus auf der Insel Samothrake an, um ihre Mitglieder in die kabirischen Riten einzuweihen. Herodotus berichtet, dass Kambyses, als er den Tempel der Kabiren betrat, sich nicht zurückhalten konnte vor Lachen, als er vor sich die Figur eines aufrecht stehenden Mannes und gegenüber dem Mann die Figur einer Frau sah, die auf dem Kopf stand. Hätte Kambyses die Prinzipien der göttlichen Astronomie gekannt, hätte er erkannt, dass er in Gegenwart des Schlüssels zum universellen Gleichgewicht stand. »Ich frage«, sagt Voltaire, »wer waren diese Hierophanten, diese heiligen Freimaurer, die ihre alten Mysterien von Samothrake feierten, und woher kamen sie und ihre Götter, die Kabiren?« »Klemens spricht von den Mysterien der Kabiren als dem heiligen Mysterium eines Bruders, der von seinen Brüdern ermordet wurde, und der kabirische Tod war eines der geheimen Symbole der Antike. So wird die Allegorie des Selbst, das vom Nicht-Selbst ermordet wird, durch die religiöse Mystik aller Götter weitergeführt. Der philosophische Tod und die philosophische Auferstehung sind die kleineren bzw. die größeren Mysterien. Ein neugieriger Aspekt des sterbenden Gott-Mythos ist der des gehängten Mannes. Das bedeutendste Beispiel dieser eigenartigen Vorstellung findet sich in den Odin-Ritualen, bei denen Odin sich neun Nächte lang von den Ästen des Weltenbaums hängt und sich gleichzeitig mit der heiligen Lanze in die Seite sticht. Als Ergebnis dieses großen Opfers entdeckte Odin durch Meditation die Runen oder Alphabete, mit denen später die Aufzeichnungen seines Volkes bewahrt wurden. Wegen dieser bemerkenswerten Erfahrung wird Odin manchmal auf einem Galgenbaum sitzend dargestellt und er wurde zum Schutzgott aller, die durch den Strick starben. Esoterisch gesehen ist der gehängte Mann der menschliche Geist, der mit einem einzigen Faden vom Himmel herabhängt. Weisheit, nicht Tod, ist die Belohnung für dieses freiwillige Opfer, währenddessen die menschliche Seele über der Welt der Illusion schwebend und über ihre Unwirklichkeit meditierend durch die Erreichung der Selbstverwirklichung belohnt wird. Aus der Betrachtung all dieser alten und geheimen Rituale wird deutlich, dass das Geheimnis des sterbenden Gottes universell unter den erleuchteten und verehrten Hochschulen der heiligen Lehre war. Dieses Geheimnis wurde im Christentum durch die Kreuzigung und den Tod des Gottmenschen Jesus Christus fortgeführt. Die geheime Bedeutung dieser Weltentragödie und des universellen Märtyrers muss wiederentdeckt werden, wenn das Christentum die Höhen erreichen soll, die die Heiden in den Tagen ihrer philosophischen Vorherrschaft erreicht haben. Der Mythos vom sterbenden Gott ist der Schlüssel sowohl zur universellen als auch zur individuellen Erlösung und Regeneration. Und diejenigen, die die wahre Natur dieser höchsten Allegorie nicht verstehen, sind nicht berechtigt, sich selbst als weise oder wahrhaft religiös zu betrachten.